Ich begrüße Sie ganz herzlich im Museum der Bildenden Künste in Leipzig, in einem neuen Haus und in einer alten Institution. Das neue Gebäude konnte am 4. Dezember 2004 eröffnet werden. Eine Architektur nach den Plänen der Berliner Architekten Hufnagel, Pütz und Raphaelian. Diese zentrale Halle öffnet sich zu drei großdimensionierten Höfen. Und wenn man den Blick erhebt von der zentralen Halle in die großdimensionierten Terrassen, wird man des Außenraums, des Stadtraumes gewahrt durch das leicht gedämpfte Glas. Und die Blickbahn erschließt dann auch den Himmel. Das heißt, auch die Freiheit des Himmelsraumes ist in dieser kubischen Architektur gewährleistet. Im Foyer des Museums finden Sie das Stifter-Mosaik des Münchner Künstlers Stefan Huber. Eine Sammlung von Stiftern, vornehmlich des 19. Jahrhunderts. Leipziger Sammler, die ihre Sammlungen dem Museum vermacht haben. Und wir werden auch sehen, dass dort inzwischen Sammler des 20. und 21. Jahrhunderts Platz genommen haben. Wir springen oft aus der Chronologie einer kunsthistorischen Abfolge. Dann, wenn es inhaltliche Bezüge gibt, die tragfähig sind, auch über zeitliche Distanzen hinaus Brücken zu schlagen. Wir finden hier in diesem Raum der Altenmeister ein Kernstück der Sammlung, eine Heimsuchung des Rokia van der Weiden. Und gleich in unmittelbarer Nachbarschaft eine Fotografie, die nicht im 15. und 16. Jahrhundert datiert ist. Das ist ein Foto des Fotografen Tim Rautert aus dem Jahr 2001 und zeigt ein Werk von Hans Memmling, wo man mit einem Spiegelwinkel dem Besucher deutlich macht, dass die Altenmeister oft auch über bemalte Rückseiten verfügen. Und ich bitte nur darum, dass man das nicht als Aufforderung begreift, jetzt überall die Rückseiten zu testen. Wir sind jetzt hier in einem Raum mit Meisterwerken des 18. Jahrhunderts, aus Frankreich, Italien, aus deutschen Lampen. Und die Besucher dieses Raumes fühlen sich eingebettet eben in erlesene Kultur des 18. Jahrhunderts und glauben auch erlesenes Glas aus dieser Zeit hier aufgereiht zu sehen. Doch wenn sich die Augen dann konzentrieren, zum Beispiel auf diese Weingläser, wird man dann irgendwann mal irritiert sein und identifiziert, dass Glas als billigste Plastikware und die Ständer sind dann doch ganz profane Schraubenzieher. Kurzum, es handelt sich um eine Arbeit von Gerd Rohling, dem Berliner Künstler, der hier Plastikmüll am Strand von Neapel gesammelt hat, neu formiert hat und in einer Weise, dass man auf den ersten Blick meint, eine erlesene, kunsthandwerklich hochstehende Glaskultur in dieser Vitrine zu finden. Ich befinde mich jetzt hier in der Nachbarschaft der Verdammnis, eine Skulptur des Dresdner Bildhauers Balthasar Permose und diese barocke, expressive Skulptur findet sich wiederum in Nachbarschaft zu Fotografien des Leipziger Fotografen Bertram Kober aus einer Serie, die da heißt Sacrimonti, die sich auszeichnen durch eine unglaubliche Figurendichte im Inneren der Kirche, Figurenansammlungen, die den Leidensweg Christi darstellen und Bertram Kober hat diese Szenerien ähnlich aufgefasst wie sein barocker Kollege auch als Orte der Verdammnis. Diese Terrasse hier in der zweiten Etage hat ihren Namen durch das hier installierte Kunstwerk, eine Arbeit von Bogumir Ecker, die da heißt Ghetto-Plaster und Trillerpfeifen. Und wenn ich hier im Hause spreche von der Trillerpfeifenterrasse, weiß gleich jeder, was gemeint ist. Die großen Betonwände wollen ja auch künstlerisch bespielt werden, das kann man natürlich nicht mit klassischen Kunstwerken tun. Es gab zu DDR-Zeiten einen Zündkerzenhersteller, das war die Marke Isolator und die Reste dieser Neonwerbung dümpelten vor sich hin an der Brandmauer eines einsturzgefährdeten Hauses. Mit Mitteln der Denkmalpflege ist es uns möglich gewesen, diese Zündkerze hier neu zu installieren. Und seit der Eröffnung des Hauses sendet sie ihre Signale nicht nur hier in das Haus, sondern auch nach draußen in den Stadtraum. Und ich hoffe, dass bei ihrem Besuch hier in unserem Haus auch ein Funken übergesprungen ist. Und es wäre wunderbar, wenn Sie dann mit diesen positiven Eindrücken nach draußen gehen könnten und hoffentlich auch wieder zurückkommen in unser Haus. Herzlichen Dank. Vielen Dank.